Musik Wir sind heute hier bei Mekotek. Die stellen Kühlkammern her. Kühlkammern für Menschen, also nicht für Gemüse oder welche anderen Sachen, für Menschen. Und diese Kühlkammern werden unglaublich kalt. Minus 80 Grad ungefähr sind da drüben drin. Und das probiere ich jetzt mal aus. Musik 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 Der Schneiz ist Schnei. Es ist so kalt wie es aussieht. Dann hält es da wirklich nicht lange aus. Und es bildet sich, das schöne ist, es bildet sich Schnee. Das ist wunderschön. Aber auch sehr kalt. Aber immer zu empfehlen. Man fühlt sich jetzt gleich wieder richtig frisch vitalisiert. Ha! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.